Beim Absturz des Hubschraubers einer Privatfirma in Süditalien sind alle sieben Insassen ums Leben gekommen. Der Hubschrauber mit zwei Piloten, einem italienischen Arzt und einer Touristenfamilie aus Slowenien war am Samstagvormittag vom Radar verschwunden. Rettungskräfte suchten später im Raum Apricena nahe der polischen Stadt Foggia nach den Vermissten. Auch das Militär und Bergretter beteiligten sich an der Suchaktion.